That's the Konami Code Up, up, down, down Up, up, down, down Left, right, left, right Left, right, left, right BA selects Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Unity und wir sind auch schon im Upgrade-Bereich und ich habe nämlich den Tipp erhalten, dass die Fähigkeit beim Schleichen das Verkleiden eine gute Möglichkeit ist, um da vorbeizukommen Vielen Dank an den, der den Kommentar geschrieben hat Deswegen werden wir uns das jetzt auch direkt mal holen und ja dann schauen wir nochmal zurück zu den anderen Fähigkeiten Was gibt es denn noch so im Fernkampf? Beschreibung Fähigkeiten, ein noch für Punkt zu erschaffen an dem sie, okay mit Geld Okay Giftgas Betäubungsbomben Die hole ich mir nochmal eben Und dann, glaube ich, gucken wir uns einfach mal an ob wir das mit dem Fernkampf hin äh, mit diesem Verstecken äh, mit diesem Verkleiden meine Fresse Äh Okay Gut, das werden wir jetzt einfach mal probieren und ich hoffe, dass es diesmal funktioniert Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert So Mhm, mhm Mhm Okay Hält das irgendwie nur für eine bestimmte Anzahl an Zeit? Ja, okay Das hält nur an Okay Oh, das ist natürlich nicht so gut Werde ich jetzt entdeckt, wenn ich jetzt die Verkleidung verliere? Nee Kann ich das nochmal machen? Oder ist das leer jetzt? Ah, muss ich das aufladen wieder? Okay Okay, jetzt habe ich das, äh, geschnallt Leute Ich werde einfach mich hier irgendwie mal so Warten wir einfach, bis das aufgeladen ist und dann kommen wir nochmal zurück Dann müssten wir es eigentlich auch relativ direkt schaffen, würde ich sagen Hm Hm Ja, hätte ich vorher gewusst, dass es solche Fähigkeiten gibt Aber ich bin ja ziemlich blöd und, äh, schnell, das ist nicht so leicht Und, ähm, ja Ihr kennt mich ja schon ein bisschen und da denke ich, lässt sich das auch mal entschuldigen So, füll dich auf Komm schon, schneller Ich möchte jetzt schleichen und da durch Komm Auf Okay, ich glaube, wir sind wieder aufgeladen Jo Ich glaube, jetzt können wir hoffentlich hier durch Jo, wahrscheinlich Mal sehen Belastende Beweise Belastende Beweise Okay, wir sind hier drin und nicht verkleidet Ähm Was könnten wir hier Oh Sehr gut Monsieur Da ihr der Retter der Republik seid Flehe ich euch an, auch der Retter meines Bruders zu werden Immer noch vegetiert er im Kerker Verhaftet von Patrioten, die in ihrem Heldenmut eifrig, doch unachtsam in ihren Methoden sind Es wurde nie ein Haftbefehl für André ausgestellt Und trotzdem bleibt er in Saint-Lazare Eingesperrt Ich hoffe, dass ihr euch nicht der Schriften meines Bruders im Journal de Paris erinnert Da diese dem feurigen Herzen eines Poeten entsprangen Ich bitte euch nun Falls meine bescheidenen Fähigkeiten je von Nutzen für unsere Revolution waren Verschont meinen Bruder In seinen Schriften sehe ich das Aufkeimen eines der größten Poeten Frankreichs Ein Licht, das für alle Zeit strahlen wird Mit patriotischem Gruß Marie-Joseph Chigny Okay Hm Nicht ganz das, wonach ich suche Dann benutzen wir nochmal das Adlerauge Okay Das sieht sehr interessant aus Ich weiß noch nicht, ob man mich jetzt sieht, wenn ich jetzt hierhin langgehe Okay Wie siehst du die Revolution Francaise? Am Tag nach Maras Tod Mhm Achso, soll ich das jetzt alleine lesen? Na super Was, wenn man nur vom Wohlfahrtsausschuss oder genauer gesagt seinen Anführern halten? Denn die meisten seiner Mitglieder sind so nachlässig, dass sie von 24 Stunden keine Zweienausschusssitzung verbringen So ahnen sie nicht einmal, was dort alles geschieht und sie machen sich da nur das Verbrechen schuldig Eine Aufgabe übernommen zu haben, die sie gar nicht erfüllen wollen Die Anführer hingegen sind schlichtweg Verbrecher, da sie ihre Ämter aufs Schändlichste missbrauchen Es gibt einen unter ihnen, den der Berg törichterweise gerade erneut ernannt hat Und den ich als den gefährlichsten Feind des Landes erachte Barret Den Saint-Foy Dem König als einen aus der Konstituente Äh, Konstituente Ihr kennt mein Lesen, das ist nicht gut Auf den man sich verlassen kann Ich persönlich bin sicher, dass er seinen Fuß in beiden Lagern hat Bis ein Sieger klar erkennbar ist Er ist Barret, der jede durchgreifende Maßnahme lähmte Sodass wir völlig hilflos sind, wenn man uns die Kehlen durchzuschneiden trachtet Ich fordere ihn nun auf, einen endgültigen Beweis zu erbringen, dass er kein verkleideter Royalist ist Okay Auch interessant Ich hab gesagt, es ist auch interessant So Ich werd nochmal mich verkleiden Und hier Um genau 5 Uhr morgens soll ein genereller Aufruf in Paris erscheinen Dieser Aufruf soll alle Bürger, sowie Männer, als auch Frauen auffordern Sofort ihre Häuser in den geliebten Farben der Freiheit zu schmücken Entweder durch das Aufhängen der Fahnen Oder mit Violanten aus Blumen und anderen Pflanzen Okay Dann gucken wir uns das nochmal an Das klingt schon viel viel versprechender Vielleicht finde ich etwas stärkend Oh, Mann Alter Ich muss jetzt immer warten, bis diese Verkleidung wieder aufgeladen ist Komm schon Okay Das sieht noch sehr interessant aus Das sollte doch funktionieren Hm Okay Gut, wie komm ich raus Okay Oh, hallo Okay, ich glaub wir können jetzt hier noch irgendwie rauskommen Ohne da gesehen zu werden Das wär auf jeden Fall sehr schön Deswegen warte ich eben nochmal kurz, bis das aufgeladen ist da oben Vielen Dank auf jeden Fall für den Tipp Das hat mir sehr, sehr geholfen Und wie man sieht, ist es auch einfach Eine der geilsten Taktiken, die man hier nutzen kann in dem Spiel So So Jetzt haben wir auch wieder eine Verkleidung Jetzt können wir hier auch abziehen So Okay Ab nach da drüben Dann können wir auch ein bisschen racen Dann können wir auch ein bisschen racen wieder So Nice Oh nein, was ist das? Oh nein Oh nein Wie kann ich hier denn ablenken? Ich war das nicht Ja gut, das hat ja schon mal saugut funktioniert, Leute Ich hab's einfach nicht drauf in dem Spiel Ich weiß auch nicht Okay, wir haben keine Heilung mehr Ja Das hat schon mal saugut funktioniert Na super Das Spiel wird auch nicht gerade einfacher, oder? Aber welches Spiel wird das schon? Ach, Leute Wie schlage ich denn bitte Sich nähernde Wachen nieder? Kann man die hier draus erschießen? Ne Weil Aber jeder sieht das sehr im Grunde genommen Wie soll ich den denn niederschlagen? Okay Okay Hey, Alter, ohne Scheiß Oh Mann, Alter Oh Mann, Alter Alter Ich krieg das doch niemals hin, ey Alter Wie soll ich die denn bitte ablenken? Als wäre das so einfach Ich muss auch was uns großziellig sind zu denen Oh mein Gott. Oh. Alter. Wie ich jetzt schon wieder... Alter, wie mir das jetzt schon wieder alles auf den Sack geht, ey. Alter. Wie kommt hier auf die Idee, als würde ich die Wachen ablenken, Mann? Sich näher und der Wach niederschlagen, Subtiere Alarmglocken 1. Also den könnte ich erledigen, indem ich hier reinspringe. Okay, komm noch näher, komm noch näher. Fürchtet dich länger in der lasterhaften Verschwörungen. Sie können dir eigentlich nicht mehr schaden. Das ist ein Plan. Können ihr Geld nicht mehr schaden. Fürchtet dich länger in der lasterhaften Verschwörungen. Sie können ihr Geld nicht mehr schaden. Come on, come on, come on, Beck. Alter, wie soll ich die denn jetzt eliminieren? Okay, die falten jetzt gegeneinander. Das ist schon mal eine ganz gute Sache, würde ich sagen. Okay, okay. Wie lange muss ich das jetzt aushalten? Komm schon. Die Taktik war bis jetzt gar nicht so schlecht. Lol, was? Der Typ war ja auch nicht schlecht gerade, Alter. Okay. Okay, Aufgabe abgeschlossen. Yeah. Wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Okay, so lange hat es eigentlich auch nicht gedauert. Aber immerhin. Irgendwie beim fünften Anlauf oder so. Ja, geil. Muss ich jetzt erstmal wieder untertauchen oder wie? Was geht hier ab? So. Mutterkorn-Wulbe. Führt zu Halluzinationen. So wird er als Irrer erscheinen. Nun müssen wir ihn nur noch gefährlich auch sehen lassen. Die Namensliste. Sie muss in die richtigen Hände gelangen. Anonym. Wenn unsere Verwicklung auffliegt, weiß er mal Bescheid. Überlass das nur mir. Super. Weil wir es ja auch können, ne? Wir sind ja auch so die übelsten Pros. Okay, ich denke... Oh, du Spast, Alter. Wieso verwandelst du dich in diese Fotze? Alter. Ist das dein Ernst? Ja, gut. Dann machen wir es halt nochmal gleich. Alter. Jetzt muss es sich erst wieder aufladen. Okay, ich bring jetzt mal eben kurz den Ding ins. Gut. Oh, lad dich schneller auf, bitte. Warum lädt dich so schnell so langsam auf? Warum? So, ich muss nur mich in diesen Typen hier verwandeln. Dann geht das schon. Könnte ich mich auch in Robespierre verwandeln? Oh, Leute, hier gibt es mehrere, die ich mich... Oh, Mann. Okay. Okay, komm schon, lad dich auf. Schneller. Okay. Alright. Okay. Puh. Aber ich glaube, diese... Alter, diese Dingens... Diese Verkleidungsmasche ist ja immer mega geil, ey. Die bringt zu hart. Come on, lad dich auf. Come on. Come on. All right. Den haben wir. Dann ist da drüben noch einer. Das kriegen wir auch noch hin, denke ich. Ich hoffe es zumindest. Okay. Wo hängt der rum? Hier also. Nein. Ist ja okay alles. Meine Güte. Okay. Das haben wir alles ganz gut erledigt, denke ich mal. Oh. Was ist das? Ja. Oh. Es ist die Weisheit vor allem, die unsere schuldigen Feinde aus der Republik vertreiben will. Der Weisheit allein obliegt es, den Wohlstand von Imperien dauerhaft zu gewährleisten. Eine Liste der Feinde der Revolution? Das sind fast 50 Namen. Doch wer geht jetzt wirklich zu weit? Da trug der Fuchs im Heuerhaus. Die armen Henne. Und nun? Wir warten. Das dauert nicht lange. Wenn Robb's Piehl die Unterstützung des Volkes verliert, ist der Jarnier nicht mehr von Nutzen. Und wenn Jarnier ihn fein lässt, ist er verwundbar. Gehen wir. Mannschaft, das ist doch in diesem Part ganz gut gelaufen, würde ich sagen. So mag ich das Spiel. So mag ich das. Hätte ich bloß früher diese Fähigkeit entdeckt. Ich bin ja auch sowas von blöd. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Lasst eine positive Wertung da, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald. Haut rein. Ihr kennt das. Ciao.